Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu diesem kleinen Game-Podcast. Apex Legends ist ja jetzt schon eine ganze Weile am Start und hat auch auf Switch alle möglichen Rekorde gebrochen. Es ist immer auf Platz 1, mitunter auch mal mit 600.000 plus Zuschauern und ja, es haut ordentlich rein. Jetzt haben mich schon einige von euch gefragt, warum das wohl so ist. Warum wird Apex Legends so gerne gespielt? Was ist da los? Fortnite, PUBG, kacken die komplett ab? Warum ist Apex möglicherweise sogar besser als die genannten Spiele oder generell als die aktuellen Battle Royale-Spiele? Ja, was ist da los? Also, Apex Legends, PUBG und Co., die haben ja eigentlich alle den gleichen Kern und zwar sind es Battle Royale-Spiele. Das heißt, man kommt auf irgendeine Art und Weise meistens von oben ins Spiel hinein, gefallen und muss sich dann ausrüsten, um der Letzte zu sein. Also Last Man Standing, der Letzte, der überlebt. Das sind dann jetzt schon fast alle Gemeinsamkeiten, die diese großen Spiele gemeinsam haben. Also jetzt PUBG, Fortnite und Apex Legends. Diese drei Dinge werde ich jetzt etwas genauer beleuchten. Man hat bereits in der Vergangenheit gemerkt, dass die Spiele, die kostenlos sind, natürlich einen etwas größeren Hype abbekommen, als die, die kostenpflichtig sind. Zumindest im Schnitt, weil sie schlicht und ergreifend von allen gespielt werden können, vor allem von Kindern. Da wir auch alle wissen, dass bei Kindern das meiste Geld zu holen ist, also rein spieltechnisch, ist es natürlich sinnvoll, Spiele auch für Kinder auszulegen, beziehungsweise zumindest auch irgendwie erreichbar zu machen. Das wurde ja bei Fortnite gemacht und man hat gespürt, dass das ziemlich reinhaut. Ach ja, und vergesst nicht, heute Abend um 22 Uhr ist wieder Livestream. Wir spielen auch Apex und Counter-Stricken und Trouble in Terrorist Town. Es gibt wieder Skins für euch zu gewinnen, CSGO-Skins wohlgemerkt und natürlich einen Haufen Spaß. Ran mit euch! Apex ist auch kostenlos, was den Hype, wie gesagt, sicherlich auch ordentlich nach oben boostet. PUBG hat was gekostet, das hat dem Hype damals nicht wirklich geschadet, aber natürlich hat es gewisse Spielergruppen aus dem Spiel rausgehalten. An und für sich ist gegen ein kostenpflichtiges Spiel natürlich gar nichts zu sagen. Das ist ja eigentlich Standard, dass Spiele was kosten. Also es ist kein großer Nachteil, aber es ist ein Riesenvorteil, wenn das Spiel halt kostenlos ist, weil direkt jeder mit einsteigen kann. Mit der größte Unterschied zwischen Apex und Fortnite ist diese Bauerei. Dieses Bauen macht Fortnite ja eigentlich aus. Und wenn man damit nicht klarkommt, hat man schon mal ein kleines Problem. Denn das Battle Royale in Fortnite ist nicht wirklich battlen. Also man battelt sich ja nicht, man baut eher. Es ist nicht so wie bei normalen Battle Royale-Spielen, dass es darauf ankommt, dass man sehr gutes Aiming hat und auch gutes Movement und so weiter. Sondern bei Fortnite kommt das auf die Bauerei an. Wenn du gut bist, dann kannst du dich einfach aus jedem Angriff rausbauen. Und das ist eine Sache, die vielen Kritikern an Fortnite gar nicht gefällt, wie auch mir. Ihr wisst ja, dass Wallian und ich Fortnite auf jeden Fall ausprobiert haben. Sogar recht ausgiebig, weil wir natürlich den Vorteil gesehen haben für den YouTube-Kanal und für unsere Twitch-Kanäle. Sowas rennt. Aber für uns ist halt wichtig, dass die Spiele uns auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise liegen. Dass es Spaß macht, während man es spielt. Und dass man vielleicht auch nicht der Allerschlechteste ist. Weil es einfach schwierig ist, als YouTuber halt dann irgendwelche Tipps zu bringen. Und man spielt dann, keine Ahnung, drei Stunden und kriegt halt keinen Kill hin. Und bei Fortnite war es fast immer so. Weil du auf jemanden schießt und er baut sich ein ganzes Haus mit einer Familie und ist einfach weg. Fliegt in Urlaub oder sowas. Das heißt, das Battlen in diesem Battle-Royale-Spiel ist einfach so gut wie nicht vorhanden. Im Endeffekt bauen sich die Leute zumindest zum Ende hin einfach nur aufeinander zu. Und dann wird, wenn man so nah dran ist am Gegner, dass man mit einer Schrotfinder was machen kann, halt ein bisschen rumgeschossen. Und das war's. Und ein Battle-Royale-Spiel, das fast ausschließlich auf Bauen ausgelegt ist, war halt einfach für uns nichts. Bei Apex, wie auch bei PUBG, ist das zum Glück nicht der Fall. Da kann man nicht bauen und sich einfach verstecken oder so. Man kann natürlich wegrennen oder versuchen wegzurennen, aber man kann nur in bereits bestehende Gebäude reinlaufen und sich nicht irgendwie was aufbauen. Und das ist extrem angenehm. Was mir an Apex sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es Fast Pace ist. Das heißt, es geht sehr, sehr schnell. Bei PUBG oder auch in einem Fortnite ist die ganze Geschichte so ein bisschen langsamer. Ich würde sagen, dass Fortnite zwar schneller als PUBG ist, aber dennoch sind beide zusammen nicht so schnell wie Apex. Also man ist da wirklich mit richtig Geschwindigkeit am Rennen. Man kann rumrutschen, man kann alle möglichen Manöver machen. Das macht das Spiel extrem dynamisch und dadurch auch weniger anstrengend. Also bei PUBG zum Beispiel spüre ich in den Runden eine größere Anstrengung, eine größere... Ich bin angespannter bei PUBG, also auch negativ angespannter. Apex ist auch anspannend und anstrengend, aber nicht auf so eine negative Art und Weise, wie es zumindest für mich bei PUBG der Fall ist. Apex fließt und ist dynamisch und macht mir dadurch auch viel mehr Spaß. Ich habe Fortnite jetzt nicht so extrem ausgiebig gespielt. Diese Bauerei ist schon sehr flüssig und auch dynamisch natürlich, aber ich glaube Apex ist dennoch vorankommenstechnisch einfach schneller. Wenn man jemanden zuschaut, der wirklich sinnvoll mit den Charakteren spielt, also jetzt zum Beispiel Shroud. Ich habe ihn gesehen, wie er mit dem Roboter gespielt hat. Er rennt, rutscht, macht sich einen Seilwind, zieht sich vor, rutscht wieder weiter. Die Gegner wissen gar nicht, wo der ist, weil er einfach plötzlich über die gesamte Map geflogen ist und rumgerutscht ist und sowas. Was für mich diese Entspannung noch deutlich stärker ausmacht und in meinen Augen auch ein sehr großer Unterschied, nochmal ein positiver Unterschied zu PUBG und Fortnite ist, ist das Revive-System. Man kann, so wie bei anderen Spielen, also wie bei PUBG und Fortnite eben auch aufgehoben werden, wenn man gedownt wurde, also wenn man noch nicht tot ist, sondern nur gelegt wurde, dass man auf dem Boden rumroppt. Dafür gibt es auch extra noch Schilde, die ich jetzt nicht so wichtig finde, aber es gibt eben Schilde, mit denen man sich auch noch verteidigen könnte gegen die Angreifer. Aber ab dem Moment, an dem man dann komplett getötet wird, ist man ja bei PUBG und bei Fortnite, soweit ich weiß, einfach raus. Für Streamer und YouTuber ist es sehr ärgerlich, weil du den Stream halt gerade am Laufen hast, man spielt vor sich hin und man ist der Erste, der aus dem Spiel genommen wird und dann hockst du da. Und bei Apex kann man, sobald man komplett gestorben ist, noch 80 Sekunden aufgehoben werden von seinem Mate, also die Marke, die man dabei hat oder sowas ähnliches wie eine Marke. Und dann kann man an speziell auf der Map verteilten Station revived werden und das ist für mich ein riesiger Pluspunkt. Denn selbst wenn du komplett tot bist, kannst du wieder ins Spiel zurückfinden. Und das ist halt für Streamer und YouTuber, du nimmst gerade ein Video auf und so weiter, da ist es einfach angenehmer. Das Ganze bringt auch nochmal neue Taktiken mit ins Spiel, denn wenn man eine Wiederbelebungsstation einmal genutzt hat, ist sie unbrauchbar. Und es gibt nur begrenzte Wiederbelebungsstationen auf der Map. Wir haben es zwar bis jetzt, glaube ich, immer geschafft, aber oftmals treten dann da auch Kämpfer auf. Das heißt, ein Team spottet dein Team und killt jemanden von dir. Natürlich hebst du den dann auf, also seine Marke und das Team weiß alles klar, die müssen jetzt gleich recovern. An welche Station werden sie wohl gehen? Welche ist näher? Welche ist weiter entfernt? Sollen wir vielleicht auch dahin laufen und sie daran hindern? Was ich auch extrem gut an Apex finde, ist, dass die Waffen keine Levelung haben. Man kann sie zwar aufbessern mit einem anderen Schaft, ähnlich wie auch bei PUBG oder einem anderen Zielfernrohr, aber es gibt nicht diese Tears von Waffen, diese Stufen. Das hat mich bei anderen Battle Royale-Spielen doch eher gestört, dass du eine Schrotwinde haben kannst, eine graue, also Stufe 1, oftmals war das ja in Farben gemacht, oder eine blaue oder eine lila oder eine goldene. Sowas hat mich immer richtig abgefuckt, weil wenn du halt einfach Pech hast und nichts Gescheites bekommst, rennst du halt mit einer blauen Schrotwinde rum und der andere hat eine goldene und dann triffst du auf den und dann bist du höchstwahrscheinlich kaputt. Das gefällt mir überhaupt nicht bei solchen Battle Royale-Spielen. Ich möchte eine Waffe finden und wenn ich die ganz gut spielen kann, auch eine Chance haben damit, selbst am Ende des Spiels. Und das ist einem bei Apex auf jeden Fall gegeben. Du kannst am Anfang irgendwas finden, jetzt nehmen wir zum Beispiel eine Peacemaker oder eine Hemlock oder sonst was und weißt genau, hey, damit kann ich auch am Ende was reißen. Ich muss jetzt nicht noch verzweifelt rumlaufen und auf die Schnelle irgendeine bliederne Version davon finden, sondern ich kann auch damit einfach weiterspielen. Es gibt zwar bei Apex auch Aufbesserungen für die Waffen, also zum Beispiel kann man in die Prowler, das ist so eine Art P90, so ein Stück reinmachen, wenn man das dann findet, dass man dann Dauerfeuer schießen kann und nicht nur burst. Das Dauerfeuer ist schon wirklich krass, aber mit der Prowler kann man auch mit dem Feuerstoß arbeiten. Also wenn man damit spielen kann, dann geht auch der Feuerstoß und man kann damit auch gut gegen andere fighten, egal was für Waffen die haben. Und das ist mir ganz wichtig bei Battle Royale-Spielen, das fand ich auch bei PUBG immer gut, dass es da halt keine Tierwaffen gibt, dass du da nicht am Schluss einfach gearscht bist, weil du halt jetzt nur eine Tier 1 Sniper hast und der andere eine Tier 4 Sniper. Was die Sache taktisch weiter voranbringt, sind unter anderem auch die Legenden. Man wählt am Anfang eine Legende, also einen Charakter und diese Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel kann der Roboter sich mit einer Seilwinde halt irgendwo hinziehen, um schneller da hinzukommen oder sogar, wenn er seine Ulti hat, eine Seilbahn aufbauen. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, den Apex hat, dass man am Anfang schon in der Zusammenstellung des Teams, natürlich spielt man vorzugsweise mit Mates, dass man da sagen kann, hey, nimmst du den Heiler, ich mach dies und der Dritte macht jenes. Optisch, also vom Stil her, gefällt es mir auch sehr gut. Wir wissen ja, dass es von den Machern von Titanfall ist. Es hat in gewissen Situationen oder Elementen eben auch Ähnlichkeiten mit Overwatch, also diese Legenden halt erinnern einen direkt an Overwatch. Der Grafikstil im Spiel ist auch so ein bisschen mit dem Modus von Black Ops zu vergleichen. Ein paar haben auch gemeint, oh, das ist aber ganz schön bunt, das ist ja wie bei Fortnite und haben das als negativ angesehen, wobei mir der Stil an sich, wenn er jetzt nicht gerade hässlich ist, auch gar nicht so wichtig ist. Also ich finde das bunt nicht schlimm, mich hat der Grafikstil zum Beispiel auch irgendwie an Borderlands erinnert und Borderlands hat mir immer sehr gut gefallen. Also ich kann da keinen Negativpunkt setzen jetzt vom Stil her, mir gefällt es sehr gut, man kann alles schön erkennen und es sieht gut aus. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Spiel ist ja kostenlos, was nochmal ein riesen Pluspunkt ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das ein EA-Spiel ist, da denkt man sich ja, ach EA, guck mal da, es geht doch, ihr könnt doch, wenn ihr wollt. Was aber noch cooler ist, ist, dass die ganzen Skins und so weiter auch alle kostenlos sind, man kann sie einfach freischalten übers Spielen. Das ist ein Riesenpunkt, der bei vielen anderen Spielen die Leute einfach abnervt. Man hat irgendwelche coolen Kisten, man bekommt einen Drop und weiß, oh geil, da sind Skins drin, aber man kann sie nicht öffnen, weil man dafür erstmal Geld ausgeben muss. Bei PUBG gab es Kisten, die man kostenlos aufmachen kann, aber auf jeden Fall auch Kisten, die man kostenpflichtig aufmachen musste. Ich weiß nicht, wie es im Moment gerade der Fall ist, ob jetzt alles kostenpflichtig ist oder vielleicht alles kostenlos. Bei Fortnite bin ich mir überhaupt nicht sicher, wie das da funktioniert. Ich glaube, man kann da mit V-Bucks halt einkaufen. Ich denke, die V-Bucks sind für diese Skins, beziehungsweise für irgendwelche Emotes oder so ein Schotter. Das finde ich ist ein bombastischer Vorteil, gerade wenn man wieder bedenkt, dass es von EA ist. Selbst die beiden Helden, die man am Anfang noch nicht hat, kann man einfach kostenlos freischalten, indem man das Spiel spielt. Man fühlt sich fast in die 90er zurückversetzt. Man hat ein Spiel und spielt es und kann dann Sachen freischalten. Das ist ja was, was man in der heutigen Zeit schon so gut wie vergessen hat. Es gibt so viele Spiele, wo man Geld reinstecken muss, dass man immer mehr freischalten kann. So, die Katze ist jetzt auch wieder mit dabei. Kätzchen, komm, geh mal da rüber. Hopp. Ich denke, das wird es jetzt erstmal gewesen sein, so ein kleiner Überblick über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Spiele und warum für mich jetzt im Moment Apex wirklich das Battle Royale Spiel ist oder generell das Spiel, das mir wirklich sehr viel Spaß macht. Ich habe mich auf YouTube bis jetzt ziemlich zurückgehalten, was das angeht. Ich habe letzte Woche Donnerstag, glaube ich, das erste Mal das Spiel gespielt. Also Spiele ist seit einer Woche jetzt und kann aber schon sagen, dass ich da auf jeden Fall mehr machen möchte. Also eben auch auf YouTube, auf Twitch haben wir es jetzt, glaube ich, fast jeden Tag gespielt. Ich habe sogar ein, zwei Random-Streams angehauen, wo wir einfach nur Apex vor uns hingespielt haben. Ihr könnt mir bereits hier gerne vorschlagen, was ihr speziell jetzt zu Apex sehen wollen würdet hier auf YouTube. Ich habe schon einige Video-Ideen, wie jetzt halt gewisse Waffen, mit denen ich gerne spiele, wie ich damit spiele und so weiter und vielleicht auch demnächst so eine Art Tipps- und Tricks-Video für blutige Anfänger. Aber vielleicht gibt es auch noch Themen, die euch interessieren. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Heute Abend ist wieder Livestream um 22 Uhr. Ja, nicht vergessen. Fuck, ich sage es jetzt am Ende. Das ist schlecht. Ich gucke, dass ich es vorne irgendwo reinschneide. Dann schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich auch wieder ein riesiges Dankeschön an meine Patreons. Gameboy7, Leggertz, Minaswin, Niko der Profi, Noah, Sanse, Sascha, SPL ganz frisch dazu. Vielen Dank, Bro. Und natürlich an TheRick. Ganz viel Liebe an euch. Hustelt rein. Bis dann. Ciao, ciao.